So, Leute, willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Video hier auf meinem Channel und einem wunderbaren neuen Let's Play. Es ist zur Zeit, es ist, es ist soweit, ich bin viel zu aufgeregt, es tut mir wirklich leid, es ist soweit. Wir starten rein in EA Sports DRC. Ich hab richtig, richtig Bock drauf, die Preview hat mich richtig heiß auf das Spiel gemacht, wo ich bei den vorherigen VRZ-Tien immer so ein bisschen so war, ach ja, ganz nett, muss ich aber jetzt nicht haben. Muss ich sagen, nach der Preview habe ich auf dieses Spiel insane viel Bock. Es macht unfassbar viel Spaß, Fahrphysik ist wirklich sehr, sehr nice. Dann haben wir eben noch diese geile Features in unsere eigenen Autos bauen können, wie ihr gerade im Hintergrund sogar seht. Und das werden wir natürlich auch im Rahmen dieses Displays nutzen, im Rahmen der Karriere, weil, naja, da können wir eben auch dieses Feature nutzen, in den drei WRC-Klassen unsere eigenen Fahrzeuge zu bauen. Das werden wir natürlich machen. Wir wollen natürlich nicht nur Meister werden, wir würden auch gerne Meister in unserem eigenen Fabrikat werden. Das wäre natürlich schon mal noch eine ganz andere Nummer und das werden wir hier in diesem wunderbaren Display machen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich habe sehr, sehr viel Bock drauf. Im Hintergrund sehe ich schon meinen erstellten Dude mit unserem wunderbaren Ballfahrer, in dem Fall mein Bruder, den ich da genommen habe, der uns hier Co-Pilot spielen darf. Und ich würde sagen, wir gehen in die Karriere rein und starten deine WRC-Karriere. Machen wir genau, ja, bitte. Du willst also World Rally Champion werden, was? Das ist für Privatpersonen alles andere als einfach. Aber du hast Potenzial. Und mein Chef glaubt, dass du das Zeug dazu hast, dieses Team an die Spitze zu bringen. Leicht wird das nicht. Abseits deiner Fahrkünste auf der Strecke musst du mir bei der Leitung unseres kleinen Unternehmens helfen. Bei Managementaufgaben, Budgets und dergleichen. Das klingt nach viel Arbeit, aber wir glauben, du hast das Zeug dazu. In diesem Sport muss man hart arbeiten, um die Besten zu schlagen. Also, was sagst du? Bist du bereit, durchzustarten und die Spitze zu erreichen? Wir freuen uns so, dass du dem Team beigetreten bist. Bevor es hinters Lenkrad geht, müssen wir entscheiden, in welcher Championship-Stufe du antreten wirst. Das hat Auswirkungen auf das Fahrzeug, das du anfangs fahren wirst, auf die Anzahl der offiziellen WRC-Events, an denen du teilnehmen kannst, und auf die Höhe unserer finanziellen Mittel. Also, du kannst ganz unten in der Junior-WRC anfangen und dich hocharbeiten, oder du steigst direkt in der WRC ein. Das ist deine Entscheidung. Okay, wäre cool, wenn ich dem Typen nach dem mal gerade gesagt habe, boah, mein Chef hätte so viel von dir erwartet, es wird super krass mit dir, und du antest einfach nur auf, nur so, so selbst überschätzen will ich mich jetzt nicht sehen. Es könnte schon den einen oder anderen Unfall geben, es könnte kostentechnisch schon sehr kostspielig für das ganze Team werden. Ich stelle euch noch mal darauf ein, es werden super lange Nachtschichten, weil ich euch die Karriere nach jeder Session komplett kaputt da hinstellen werde. Es ist eine super Experience für uns alle. Naja, gut, so soll es hoffentlich nie ablaufen, wir warten mal ab. So, wir haben eben die Möglichkeit, in den drei WRC-Klassen zu starten. Wir können uns, wie gesagt, von Junior-WRC hocharbeiten, zu WRC-Zeit, zu WRC. Wir können auch in der WRC 2 starten, dann hocharbeiten oder direkt in der WRC. Ich mag mich aber doch gerne hocharbeiten, der Grund ist ganz einfach auch, dass du natürlich dadurch auch ein bisschen Fahrkönnen lernst, weil die WRC sind erstmal deutlich langsamer am Frontantrieb, ab WRC 2 sind es dann Allrad-Bullin und unten haben wir auch schon mittlerweile in der WRC 2, früher waren die auch deutlich langsamer, mittlerweile auch gut Bums, und dann haben wir natürlich eine große WRC-Klasse, wo wirklich richtig Tempo hinstellen ist. Dann machst du einen leichter Aufstieg mit ein bisschen Übungen natürlich auf jeden Fall Sinn und vor allem können wir in jeder dieser Klassen unser eigenes Auto bauen und das würde ich schon gerne mitnehmen. Deswegen gehen wir in die FIA Junior-WRC rein, starte deine Karriere in der Junior-WRC und arbeite dich an der Weltspitze vor. Wenn die Garelli 3 wagen, mit gutem Handling bieten neuen Fahrerinnen eine perfekte Ausgangsposition. Ich hoffe, du hast dir ein paar Teamnamen überlegt. Jetzt, da die Championship-Stufe feststeht, haben wir noch einige Formalitäten bezüglich des Teams und Brandings zu klären. Du hast eine ganze Reihe Möglichkeiten, kannst deine Entscheidungen aber im Laufe der Saison jederzeit ändern. Das ist schön, dass man es abändern kann. So, ähm, was ist hier? Zero 5, was, kann ich auch tippen? Hallo? Ich muss auch meine Tastaturen machen. Äh, so, Zero 5, WRC. Nee, Zero 5 Motorsport klingt, klingt ein bisschen, klingt edler, oder? Das klingt, ihr gebt mir recht, das klingt ein bisschen edler. So, ähm, No, haben wir irgendwas, was in die Richtung gehen würde? Man merkt, dass es ein Kopenhasten-Rennspiel ist, weil wer F1-Spiel gespielt hat, erkennt sich wieder der Logos direkt instant wieder. Und dann würde ich sagen, es ist, äh, naja, aber ist ja nicht schlimm. Ich will das weniger negativ sein. Ähm, so, die Jungs und Mädels haben ja ein bisschen Experience mit so Karrieren, das ist das Gute. Ähm, pff, ich finde diesen Kaktus supergeil, aber es ist halt ein bisschen out of place. Ähm, pff, wir haben ja nichts, was in 5 oder so gleich, oder? Oder ein Set, vielleicht irgendwas, weil wir wollen ja eigentlich nur was aus dem Set gleich. Oder, wie gesagt, oder eine 5. Das geht schon ein bisschen in die Richtung von einem sehr kreativen Set. Das ist ein sehr kreatives Set. Wir können hier auch einen Blitz nehmen, weil wir sind schnell wieder Blitz. Wir nehmen das hier oben, das eine Logo. Das dürfte von der Richtung irgendwie passen, so ein Stilender. Was haben wir denn? Leicht schattiert. Ja, machen wir so leicht schattiert, das finde ich gut. So, Farben. Ähm, äh, äh, ja, ähm, hm. Ich habe jetzt gerade überlegt, welche Grundfarben wir fahren. So wie es jetzt aussieht, sieht es scheiße aus. Ich würde, glaube ich, erstmal den Hintergrund machen wollen. Den mache ich, glaube ich, machen wir den, machen wir, glaube ich, weiß. Ich weiß nicht, warum ich jetzt keinen weißen Hintergrund. Sieht nämlich ein bisschen freundlicher und auffälliger aus. Und die beiden Logos machen wir beide dann einfach rot. Ich glaube, wir machen beide, was haben wir denn hier? 0, 98, 83, 0, 98, 83. Wunderbar. Gut, das finde ich schön clean. Das ist schön clean. Wir machen das so. Das ist, das, das ist schön einheitlich perfekt. Wunderbar. So. Gut, 05 Motorsport ist damit gegründet, meine lieben Damen und Herren. Persönlich kennenzulernen. Ich heiße Keith und bin dein leitender Techniker für die kommende Zeit. Meine Aufgabe ist es, dich in Bestform zu bringen. Ich unterstütze dich bei der Leitung des Teams, sage dir, was gut läuft, oder klopfe dir auf die Finger, wenn du etwas falsch machst. So, willkommen im Hauptquartier. Mach's dir gemütlich. Das ist ein neues Zuhause. Hier erledigst du deine Arbeit abseits der Etappen. Ich bin bereit, loszulegen. Und du? Ein neues Team ist immer eine aufregende Angelegenheit. Vor allem mit einer Crew eures Kalibers an der Spitze. So, da müssen wir aber noch ein wenig Verwaltungsarbeit hinter uns bringen. Was mich zu folgendem führt. Ich habe hier den Vertrag für dieses Jahr. Es wäre klasse, wenn du ihn durchlesen und am Ende unterschreiben würdest. Was, wenn ich es nicht mache? Nein, Spaß. So, wir haben Sponsorenangebote. Ich glaube, wir haben nur dieses eine Sponsorenangebote. Normalerweise hat man nicht mehr, aber in der Junior WRC nur das eine. Wir haben vier Ziele. Bleibe für alle Konten innerhalb deines welchlichen Budgets. Also nicht ins Minus kommen. Belege in den fünften Klasse oder besser in der Fahrerwertung. Wir haben vier Junior WRC. Sammle 55 Championship-Punkte in der Hartz-II-Fahrrad-Championship. Der FWD Extreme-Trophäe. Keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es herausfinden. Untergeordnetes Ziel schließt im Laufe der Saison drei Hospitality-Events ab. Okay, also neben den normalen Junior WRC-Events haben wir anscheinend auch noch ein bisschen Zusatzkram, der dazukommt. Also wir fahren nicht einfach nur Rennen nach Rallye, nach Rallye, nach Rallye, sondern da kommt auch noch ein bisschen Abwechslung mit rein. So, wir haben wöchentliche Budgets, die wir da halten. Wir werden drauf, 25.000 für das Fahrzeug, 80.000 für Techniker, 0 für das Teammitglied. Ich fahre halt alleine. Und 32.000 für Reparaturen. Da das geklärt ist, kommen wir zu etwas Aufregenderem. Mr. Luke hat einige Optionen für deinen ersten Wagen zur Verfügung gestellt. Oder wir stellen einen eigenen zusammen, wenn du willst. Warum wirfst du nicht einen Blick auf die Auswahl? Sag mir, wofür du dich entschieden hast. Dann können wir mit dem Vorsaisontest beginnen. Wir gehen natürlich in die wunderbaren Bilder. Wir bauen unser schönes eigenes Fahrzeug. So, gut. Wir haben ein bisschen Budget. Ihr seht, das müssen wir jetzt aufteilen. Unser welch nächstes Fahrzeugbudget ist erstmal das, mit dem wir jetzt grundsätzlich unser Auto erstmal bauen können. Und wir haben die Auswahl zwischen einem Allrad-Frontmotor. Ach krass, die Junior WRC ist mittlerweile auch Allrad. Hoppala. Sorry, mein Fehler. Ich dachte, die hätten Frontantrieb. Krass. Da sind die mittlerweile auch Allrad. Ich bin echt ein bisschen raus bei den kleineren Klassen. Die waren früher alle Front und alle langsam. Ist auch mittlerweile Allrad. Okay, sorry, mein Fehler. Kommentare werden voll damit sein. Lukas, du hast gar keine Ahnung von der WRC. Und das ist mittlerweile auch ein bisschen richtig. So, wir können Frontantrieb oder Mittelmotor bauen. Mittelmotor kostet ein bisschen mehr. Ist aber, naja gut. Frontmotor Allradantrieb ist eine sichere Alternative zu den anderen Allradantriebsarten. Da es eher zu Untersteuern kommt, wenn das Gewicht des Motors vorne ist. Die Reziehung des Übersteuern macht es gleich in den Wagen. Was für ein Einschieb, glaube ich, gar nicht so verkehrt wäre. Mittelmotor Allradantrieb ist gut für Fahrer, die schnell ein Gefühl für ihren Wagen entwickeln. Mit dem Motor im Mittelswagen wird das Gewicht gleichmäßig auf die Räder verteilt, sodass es sich ausgewogen anfühlt und man eine angenehme Schuhe von Unter- und Übersteuern hat. Wir machen, wir gehen mal schön casual, wir gehen mal hier schön casual rein. Wir machen zwar nicht zu viel. So, da haben wir unser neues Baby, meine lieben Damen und Herren. Und wir können jetzt noch ein paar Teile auswählen. So, wir haben mehrere Motoren zur Auswahl. Beende ein Bilderteiltest und das falsch. Oh, okay. Es gibt also anscheinend auch Tests im Singleplayer, die wir machen können, um dann noch verschiedene Motoren freizuschalten. Weil ihr seht, auch in der Junior, wir jetzt hier haben unterschiedliche Hubraumzahlen. Ich weiß nicht, ob es in der WEC 2 auch schon ist, aber der WEC 1 hat auf jeden Fall feste Regularien von Hubraum und so Kram. Aber ihr seht, dass natürlich hier besonders gute Teile haben. Wir haben drei, sagen wir mal, vier Motorkategorien. Wir haben 1,6 Liter Sorgmotor, 1 Liter Turbomotor, 2 Liter Sorgmotor, 1,5 Liter Turbomotor. Und ja, hier hinten sind die ganz krassen Teile, die haben wir aber leider noch nicht frei. Und hier zwischen haben wir eben, ja, wir haben Teilqualität Mittel, Teilzustand abgenutzt, was ich denke mal heißt, wir können im Laufe der Rennen, könnte es passieren, dass wir Verschleiß haben und unsere Teile kaputt gehen und wir dann natürlich dadurch, ja, Zeit in den Stages verlieren oder wir ganz ausfallen oder so Kram. Da müssen wir halt so ein bisschen mit bedenken. Aber wir müssen natürlich auch unser Budget so ein bisschen im Hintergrund behalten. Aber die Sache ist, die Motorin, ein ausgetauschter Motor und mit hoher Qualität kostet gerade mal 500 Credits mehr. Da werde ich jetzt nicht in den schlechten Motor nehmen, weil das ist, glaube ich, die Sache, wo ich jetzt am letzten sparen möchte, dass der Motor scheiß, das uns nur Stress macht. Wir gucken mal, jetzt will wir mal gucken, was wir für... Aufgrund der guten Preisleisenverhältnisse der Feuzeite ist ja 3,1,6 Liter Motoren. Achso, okay, eher gut, okay, das ist einfach nur eine Beschreibung, der in einem anderen Verhältnis ist. Und wir gehen... Komm, wir gehen mal auf einen 2 Liter Sauger. Ich habe Bock auf einen 2 Liter Sauger. Wir gehen auf einen 2 Liter Saugermotor. So, Differenziale. Da haben wir die hohe Version auch noch nicht. Da ist aber auch wieder die Auswahl zwischen, ja, gut, mittel, scheiße. Und die Sache ist halt, ich... Momentan würde ich immer das Beste nehmen, weil es mir nicht so vorkommt, als wäre es irgendwie finanziell ein Problem, weil es einfach nur 2... Wir machen mal das Beste, aber es sind nur 2 Credits Unterschied. Müssen wir mal gucken, ob wir hier am Ende sonst gleich in irgendeine Cost Cap reinknallen. So, wir haben außer zwischen drei sequentiellen Fünfgang getrieben. Wie gesagt, hierfür müssen wir Tests fahren, die wir auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, da mitnehmen werden, natürlich, weil mehr Kohle, also mehr bessere Teile, natürlich immer gut. Ich baue jetzt erstmal das Beste ein. Wir gucken jetzt gerade mal ganz kurz, weil ich jetzt gerade mal schauen will, ob ich damit an eine Cost Cap knalle, die irgendwie unangenehm wird. So, dann machen wir natürlich auch einen großen Kühler rein. Aufhängung. Ach gut, hier wird es dann schon auf jeden Fall ein Unterschied. 2.000 machen schon einen Unterschied. So, jetzt sind wir gerade mal bei 93.000 für diesen Wagen bislang. Machen wir noch die große Bremse drauf. Und Auspuff würde ich auch den großen machen. So, dann haben wir sogar 9. Jetzt sind wir auf 94.800. Ich weiß noch nicht, was mir bringen würde, Geld zu sparen. Das ist ein bisschen mein Ding. Ich habe mir noch keine Ahnung, was es bringt, wenn ich hier sage, ach scheiß drauf, wir machen nur den letzten Klaradatsch rein, aber wir machen mal den guten Klaradatsch rein. So, jetzt geht es mal an die Optik. Oh, da gibt es Unterschiede. Ah ja, okay, das wird 800 teurer nochmal. Okay, wir haben... Sieht sehr traurig aus. Ich bin gerade überlegen. Ich finde nicht mal die schönste, die teuerste Form finde ich nicht mal am schönsten. Ich bin sogar... Ich weiß nicht warum, aber für ein Junior WRC-Fahrzeug finde ich Steel 03 irgendwie am besten. So, Heckpartie. Die hat ein bisschen wie ein kleiner Fiat 500 auf ein bisschen LSD. Ah, hier ist die letzte Heckpartie aber schon schick, aber auch nicht die beste. Die beste ist schon... Die 4. Die 4 ist die beste. So, gut. Okay, Clean sieht aber bescheuert aus. Warum will ich mehr Geld dafür bezahlen, um weniger an meiner Front zu haben? Nein, nein, nein. Ich möchte schon gerne... Sehr gerne Zusatzleuchten haben. Ich mag meine Nebler. Die Lippe bleibt auch so. Die kann ruhig lackiert sein. Das ist... Können wir halt alle... Jedes Stage dann wieder neu machen, aber... Ist ja nicht mein Problem. Ich arbeite hier halt nicht darunter. Nein, das machen die anderen. Ähm... Wo ist der Unterschied zwischen der Haube? Ich erkenne nicht den Unterschied zwischen der Aero und der ersten Haube. Dann bleiben wir auch bei der günstigen. Guck mal hier. Hier, hier. Hier kommt der Sparfuchs raus, ne? So, schwarze Haupenstifte. Ähm... Ne, die bleiben auch so. Die bin ich, glaube ich, schon ganz fein mit Abzeichen. So, die kosten alle 100. Das ist doch schön. So, wir wollen natürlich auch ein Logo haben. Gut, das würde natürlich wieder zum Set ganz gut passen. Zu unserem aktuellen Logo. Weil, wie gesagt... Oder sowas. Weil, wie gesagt, wir wollen ja... Es ist ja ein Zero-Five-Motorsport-Fahrzeug. Ähm, heißt, wir nehmen das Logo mal. Aber das passt am besten. So, Scheinwerfer. Ja, da sind die 200 schon gut investiert. Schwarz auslackiert macht halt einfach einen ganz anderen Eindruck. Und natürlich auch hier diese... Ich mag diese kleinen klassischen Rallye-Teile, die auch die Subis und so damals hatten. Das muss auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall safe. So, Dachlüfter. Ja, komm, da sind wir mit dem einfachen... Ja, wohl vollkommen zufrieden, ne? Da werden wir ja wohl nicht Luftprobleme kriegen. Heckemblem. Dü, 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 dü. Ne, finde ich schon ganz gut so. Ja, finde ich ganz gut so, wie es ist. Ja, machen wir mal hinten schwarze Bolzen rein. Warum nicht? Sportspoiler, Serienspoiler. Warum sieht der Serienspoiler in dem Fall geiler aus? Also, der hat zwar natürlich mehr am Randungen ergedeckt, aber der ist ja größer. Und wir wissen ja, bei Spoiler ist grundsätzlich das System größer gleich besser. Es ist wirklich... Es ist einfache Mathematik. Es ist ganz einfach, Leute. So, hier machen wir... Oh, die Sportrückleuchte reinkommen. Da wissen einen gleich eben... Eben-Bild... Eben-mäßiges Bild. So. Ähm... Oh, die anderen Häckscherschlangen sind aber geiler. Die ist nicht geiler, aber die ist geiler. Ich mag den Einlass. Der ist ein bisschen schicker. So, wir sind immer noch bei 100k. Ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich... Ich vermute auch für Reparaturen und so, ne? Ja, wird schon aufgehen, was wir hier machen. Das wird schon nicht... Die Sache, wir haben jetzt bessere Teile gekauft. Dementsprechend haben wir weniger Reparaturen. Am Ende wird dieses System aufgehen. Glauben Sie mir. Ich bin finanziell auf jeden Fall sehr, äh... Sehr groß aufgestellt. So, wir haben verschiedene Endrohre. Ähm... Der ist zwar auch nett, aber die sind die größer. Und... Muss man halt einfach sagen, vor allem der Rallye-Auspuff. Da sind 400 wirklich sehr gut ausgegeben. Also, wenn man die Auswahl hat, ein Bazooka-Rohr oder ein kleines rauszunehmen, nimmt man das Bazooka-Rohr, egal was es kostet. Und wenn das Spiel dann erst geboren ist, haben wir... Go for it! So, ähm... Wir haben verschiedene Asphaltreifen zur Auswahl. So, wir haben erstmal die, ich sag mal, klassische OZ-Felge. Dann haben wir die hier. Also, alle Stück, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich finde... Oh, die sind echt gut. Filmspeichel finde ich geil. Die Filmspeichel finde ich gut auf dem Auto. So, Schotter haben wir noch. Da bin ich da. Ja gut, die erste sieht halt pottenhässlich aus. Äh... Nehmen wir die. Die nehmen wir. Wunderschön. Ach, Schneereifen haben wir auch noch. Ach, guck mal an. Ähm... Ja, da... Da können wir dieselben fahren wie auf Schotter, oder? Es sind leicht andere. Aber da bin ich fein mit der Optik. Damit bin ich fein. So, dann gehen wir mal rein in die Innenausstattung. Und das Lenkrad und so. Ah, okay, das ist geil. Innenausstattung kostet keine Kohle. Das finde ich nice. Weil das ist vor allem für Leute, die dann... Guck mal, wenn sie die fahren, was wir nicht machen werden, weil... Ich bin am Controller unterwegs. Ähm... Ja, man kann so ein Lenkrad spielen. Ich habe auch ein Lenkrad, aber ich will jetzt halt mit dem Controller spielen. Ähm... Dann haben die da keine... Dann ist das halt zumindest nicht so... Ja, ich würde gerne das Lenkrad fahren, aber es kostet mich halt mehr Kohle. Ähm... Ja, der ist geschüsselt, der. Ich finde es einfach viel cooler. Ich finde geschüsselte Lenkräder einfach immer geil. Immer gut. Ja. Und wenn hier irgendein Fahrrad am Ende der Wertung prüfen und ich packst, nimmst du deine Handbremse einfach ab und haust ihn damit in die Fresse. Wunderbar. Einfach mal schön casual in den Schlagring als Handbremse. Ich finde es auch einfach wichtig. Ähm... Man muss ja einfach zeigen, wer man ist. Den Totenkopf nehmen wir nicht. Auch die Sparkle-Schifter finde ich beide ein bisschen hässlich. So, digitale Anzeige. Umso größer, umso besser. Das ist ja immer die Anzeige bei sowas, oder? Aber... Was nehmen wir denn da jetzt? Hm... Ja, ich kann überlegen. Die ist mir so klein. Ich finde... Die beiden finde ich nicht schön vom... Ich finde halt so ein kleines Interface ein bisschen nicer. Ich glaube, wir nehmen... Wir nehmen die. Anzeige 4 nehmen wir. So. Schaltanzeige. Können wir oben auch noch anwählen, was dazu kommt. Ich weiß, es ist da noch KMH... Ah, da ist noch KMH mit drin. Siehst du, die KMH da oben nochmal extra. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich finde aber das hier schön. Na, schön großen Schaltblitz. So, gut. Sitze haben wir. Jetzt müssen Recaro-Po-Positions 4 sein, glaube ich. Dann haben wir Sparkle-Rev. Sparkle-Circuit 2. Und die hier. Und ich muss sagen, wenn ich ein Rallye-Auto baue, müssen da meiner Meinung nach immer Ohrensitze rein. Weil das ist für mich so... Der Vibe, den Rallye-Auto ausstrennt. Diese Ohrensitze. So einen normalen Schallsitze kannst du einen normalen Rennwagen haben. Oder einen normalen Sportwagen. Aber so einen Rallye-Wagen braucht schon, finde ich, Ohrensitze auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ist unser Wagen eigentlich... Ganz nice. So, welchen... Ah. Hier sehen wir jetzt auch die wöchentlichen Kosten. Tada. Die die Teile haben. Oh, das ist natürlich interessant zu wissen. Also, umso höher die sind, umso mehr... Ich vermute, höhere Teile haben mehr Kosten. Ich gehe mal stark davon aus. Uha. Also, sind die... Ich vermute mal... Die wöchentlichen... Ah, jetzt verstehe ich es. Okay, die Fahrzeugkosten sind nicht Fahrzeugkostenkosten Wagen kaufen, sondern Fahrzeugkosten sind... Das kostet er mich in der Woche. Eigentlich fressen. Ganz schön teures Auto. Ähm... Aber, okay. Gut. Also, wir haben noch ein bisschen Budget. Ich habe keine Ahnung, wofür wir es noch brauchen. Und ich hoffe, ich habe es nicht vollkommen jetzt schon durchverplant. Aber... Das wird schon ausgehen. Ich finde das Auto so schön. So. Der heißt auch natürlich... Es ist natürlich ein... Zero-Five-JWRC. Wir nennen die einfach so, wie sie kommt. Werdig ist. Das ist eine ganz hilfreichere Nummer. So. Here we go. Erstes Auto. Erstes eigenes Auto gebaut. Also, das Zweite ist, wir haben in der Preview schon alles gebaut. Aber, ich meine, das erste für die Karriere. Unser erstes Junior-WRC-Kfz. So. Oh, da ist er doch schon. Da ist der Kleine doch schon. Guck, geh ihn euch an. Das ist doch ein schickes Kfz, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was das Ding so kann. Auf unserem ersten kleinen Test hier. Okay. Viel Glück. Klingt auch immer schon mal gut. 3, 2, 1, go. Und, ich muss er sagen, im Vergleich zu anderen Boys and Girls in dieser Klasse, haben wir jetzt keinen, das ist geil, Tobolock. Weil wir haben einen Saugermotor. Also, ich muss das Ding einfach nur treten, treten, treten. Also, da muss bis zum Land, samt Nimmanslandland, bisher, wie ich meine, hier, wir müssen die Kiste einfach nur komplett kicken. Das ist alles. Der Wagen muss die ganze Zeit auf Fresse kriegen, wir müssen die ganze Zeit in hohe Drehzahl halten. Dann arbeitet der 2-Liter-Motor Wunderbärchen. Das ist auf jeden Fall der Plan, dem Ding hier richtig, die Sporen zu geben. Gehen wir mal ganz kurz in den Innenraum, damit wir uns ein schönes Cockpit sehen, dass wir hier gebaut haben. Aber, die Schüssel der Lenkrad ist aber auch schick, Alter. Das finde ich aber auch gut. Finde ich aber auch sehr, sehr gut. Fällt sich auch nett, muss ich sagen. Also, ich finde es ganz gut, dass wir mit der Klasse rein starten. Weil, die sind auch nicht so schnell. Also, ich kriege noch ein bisschen was auf die Kette. Ich kann mich ein bisschen erstmal einfangen ins Spiel. Hopp, balla. Haben wir fast einen Stoppie hingelegt. Man muss ja sagen, ich komme ja gerade mit uns. Ich fasse euch gar nicht so schlecht klar. Aber auch fast gar nicht so gut. Schön treten, treten, treten. Und ich mag den 2-Liter-Klang. Schreibt so schön, der Kleine. Und ihr merkt es ja auch am Drehzahlmesser recht. Ich drehe das Ding wirklich komplett ins Nirwana. Da muss was kommen. Den Wagen musst du mal richtig eingeben. Ja, aber erste Test. Ich muss sagen, gefiel mir ganz gut. Ich würde da jetzt spontan nichts verändern wollen. Ich bin eigentlich mit unserem Fahrzeug hier, mit dem Junior-WRC-Bilder-Fahrzeug, doch sehr zufrieden. Das war doch eine gute Experience. Du bist doch der eigentlich kleinen Ausrutscher. So, jetzt können wir die Schwierigkeiten gerade einstellen. Wir sind momentan bei 50-50 KI. Ich bin mal noch nicht sicher. Das ist auch so eine Sache, die wir höchstens im Laufe des Plays immer mal wieder anpassen müssen, weil ich keine Ahnung habe, ob wir zu schnell oder zu langsam sind. Dafür müsste ich ja 20.000 Etappen vorher gefahren haben. Ich würde mal damit gehen auf eine gesunde 75. Das ist noch nicht maximal schwer, aber schon schwerer. Und ich vermute aber, wenn der Junior-WRC aufgrund des Speeds kann ich aber richtig schnell fahren. Enormen Schaden machen wir mal ein, weil ich will schon die Kiste zerlegen können. Neustart machen wir mal 5. Safe is safe. Wir nehmen es mal mit. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich nicht neu starten würde, weil, wie gesagt, wir können uns damit schon viel verhämmern am Ende. In der Hinten, kurz, die Events bestehen aus weniger Etappen, also schnell abzuschließen, Mittel Events bestehen aus mehr Etappen. Durchschnittliche Karriere-Ding. Wir machen aber kurz, weil wir wollen im Display auch ein bisschen Fortschritt schaffen. Ich könnte, wie gesagt, auch lang machen, dann sind wir exakt so lang wie original, aber wir wollen so viel wie möglich einfach mitnehmen in möglichst kurzer Zeit, dementsprechend. Verhältnis zum Spawnsor, ausgewogen. Er hat die Insanität der Reaktion des Spawns auf das Erreichen und Verpassen von Saisonsziehen. Ausgewogen. Geld gegen Regiehen auf ausgeglichene Weise. Dankeschön, Digger. Ausgeglichene ist ausgewogen. Großzügig, Geld gegen Regiehen stärker, positiv, schwächer, restriktiv. Ja, wir machen ausgewogen. Wir möchten dieses Teambudget eher die Größe aller Konten des welchen Teambudgets. Ausgewogen. Die Budgets liegen zwischen diesen beiden Extremen. Die Gera hat eine durchschnittliche Schwierigkeit. Okay, wir bleiben mal ausgewogen. Ausgewogen, ganz fein. Alles klar, der Test ist doch echt sehr gut gelaufen. In dem Wagen warst du sofort in deinem Element. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, richtig loszulegen, was? Wir müssen nur noch ein paar Dinge klären, bevor du dein erstes Event fahren kannst. Wirf bitte einen Blick auf unsere Finanzen und stell sicher, dass du mit dem eingestellten Personal zufrieden bist. Sobald das erledigt ist, können wir voll loslegen. Spannend, was? Alles klar, dann sehen wir uns später. Ja gut, die Teamzentrale ist der zentrale Ort, um dich über deine Karriere zu formieren. Hier kannst du eine Aktivität auswählen, die du über den Kalender abschließen kannst. Deine Sponsorenbudgets und Ziele einsehen, deine Angestellten, deine Garage verwalten und über die Saisonstatistiken sehen, wie sich deine Konkurrenz macht. Außerdem kannst du über Anpassen deinen Team-Branding ändern oder eine Fahrzeuglackierung aktualisieren. Okay, wir gehen mal direkt mal auf... Ist in die Versierung nicht anpassen, ne? Team-Branding. Ah, das ist das hier. Okay, gut, Lackierungseditor. Gibt es vielleicht keine vorgefährten Lackierungen, ne? Neue Lackierungen, ja... Ne, es gibt keine Lackierungseditor. Im Lackierungseditor kannst du individuelle Lackierungen für deine Lieblingsfahrzeuge erstellen. Du kannst die Basisfarbetierung der Fenster- und Fahrraddetails anpassen oder verschiedene Aufkleberdetails auswählen. Du kannst für ein Fahrzeug mehrere Lackierungen erstellen, die dann in allen Modi in den Fahrdiskriminungen unter Fahrzeugwahl zur Verfügung stehen. Lackierungen können auch nach der Erstellung noch bearbeitet werden, falls du weitere Änderungen vornehmen willst. Okay, wir machen zumindest mal Grundfarbe und so Kram. Nebenbei, Rallye fahren richtig, machen wir dann in der zweiten Folge. Könnt ihr euch denken, ne, es dauert ein bisschen, wir müssen hier ein bisschen ein Fahrzeug erstellen. Heute kommen aber noch zwei weitere Folgen, also alles easy. Lackierungsmuster. Ah, ne, wir können... Ah, guck, okay, wunderbar. Wir können ein Grundmuster schon wählen, weil ich habe ein totales Skill-Issue mit Divouries. Ich möchte gerne ein Grundfahrzeugdesign direkt bekommen. Damit arbeitet es sich einfach schöner. Was ich immer ein bisschen erst mal draufgeben muss, bevor ich das... Die Vorschau... Du siehst ja leider keine Vorschau... Du musst es halt immer erst mal akzeptieren. Ja, ich fand das erst aber ganz geil sogar. Wir nehmen das, glaube ich, sogar. So. Das sind natürlich unsere Teamfarben. Wir haben Metallic, Chrom, Gebüsstes, Carbon... Oh, Carbon, Matt. Chrom, Metallic, Farbe Metallic, Farbe Matt, Carbon Metallic. Ähm... Dü, 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 dü. Ich glaube, wir machen da mal den Grundfarb-Trop und machen wir mal ein schönes, knalliges Rot. Da habe ich jetzt einfach Bock drauf. Der wird richtig schön knallig rot, der Kollege. Also wirklich, na, nicht so knallig, ein bisschen weniger knallig. So, ist gut. Ähm, dann haben wir den schwarzen Streifen. Der kann ruhig so bleiben. Das dunkle Rot machen wir dann... Vielleicht weiß. Machen wir das weiß? Ich bin mir nicht sicher, ob das in weiß gut aussehen könnte. Könnte, könnte, könnte. Und das Orange machen wir... Auch noch mal schwarz vielleicht. Auch noch mal schwarz vielleicht. Aber vielleicht so ein bisschen... Ja, machen wir auch noch mal schwarz. Aber das schwarz könnte man theoretisch in Carbon machen, ne? Genau, so Carbon Metallic. Oh ja, da sehe ich mich so ein bisschen. Warte mal. Carbon Metallic. Ja, das sieht... Das sieht doch ein bisschen nach was aus. Das ist doch für ein erstes Rallye-Auto schon mal ein ganz guter Einstieg. Das nehmen wir so. Wunderbar. Ah, jetzt können wir noch die einzelnen Teile lackieren. Okay. Räder könnte ich umlackieren. Finde ich weiß, aber ganz geil. Den Heckspoiler machen wir bitte aber auch. Und den machen wir auch schön in Carbon Metallic, meine lieben Damen und Herren. Man lässt sich ja nicht lumpen. So, bestätigen. Spoiler. Spiegel. Die sind, glaube ich, anscheinend nicht lackierbar, aber die sind jetzt immer noch die eigene Farbe. Haube bleibt so. Die Hutze dürfte auf jeden Fall nicht orange sein. Die machen wir, wenn rot. So, wunderbar. Bei orange passt es ja nicht. Wir haben ja nichts orangeeres am Auto. Die Haube. Ah, die Haube ist da immer... Ah, die Grundfahrtbund ist da drunter auch immer noch. What the fuck? Okay. Dann machen wir das natürlich auch passend zum Rest. So, wunderbar. Das ist ein bisschen heller, aber es ist okay. Ein bisschen Abwechslung darf ruhig. Und die Spiegel, wie gesagt, die haben eh nichts zu melden. Okay, Aufkleber. Chaos nie links. Ah, okay, okay. Jetzt kommt der Libu hier nicht dort. Nein, 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 nein. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das Skill is used. So, wir können die Scheiben ein bisschen tönen. Wir machen sie ein bisschen dunkler. Warum nicht? Und wir speichern die Lackierung. Wunderbar. Leerer Slot. 05. 1. 05. 1 nenne ich das Ganze. Wunderschön. Und wir gehen hier raus. Wunderbar. So, damit hat unser Wagen jetzt auch eine wunderbare Libui. Und sieht nicht mehr so lame aus. So, wir gehen mal auf die Angestellten. Äh, der Cheftechniker möchte was von uns. Cheftechniker. Dein Cheftechniker leitet nicht nur dein Team, sondern gewährt dir auch einige einzigartige Vorteile wie die Senkung der Kosten für Reparaturen, den Bau von Fahrzeugkonfigurationen und die Erhöhung der Ausdauer deiner Angestellten. Ah, das steht da mit der Peitsche so hinter dir. Das ist super praktisch. Im Laufe der Saison kannst du diese Vorteile wie Aktivität, Training, die Crewleitung in deinem Kalender weiter verbessern. So, das ist auf jeden Fall unser Cheftechniker, den wir hier immer upgraden können. Ich habe keine Ahnung, wie wir den upgraden können. Aber irgendwie wird Stufe 1, er wird irgendwie sich hier verbessern. Also auf Dauer mit Training und so. Weil ich kann jetzt hier gerade nichts machen, aber wir werden es schon herausfinden. Ähm, dann haben wir die Techniker. Derster sind keine Ingenieure verfügbar. Besuch im Kalender, die in Talent-Scout, um die Ingenieure herauszufinden. Teammitglied. Derster ist kein Teamkollege verfügbar. Ah, okay, wir haben noch niemanden. Aber steht schon am Wochenende. Und hier haben wir die Garage. Dieser brandneue 1.6 Turbo-Hybrid-Motor kommt auch im M-Sport Puma Rallye 1 zum Einsatz. Ist einer der besten Motoren auf dem Markt. Alle Motoren haben dieselbe Leistung. Wenn du noch über verfügbare... Okay, das war jetzt gerade auf jeden Fall der Text für die WRC1. Das ist nicht der Junior WRC-Text gewesen. Wenn du noch über verfügbares Budget verfügst, kannst du beim Händler weitere Fahrzeuge hinzufügen oder über den Bilder eigene Fahrzeuge erstellen. Wenn du ein Fahrzeug hinzufügst oder baust, kannst du auch eine exakte Kopie davon für dein Teammitglied aus hinzufügen. Ach so! Ach so, Teammitglied... Ah, nee, es ist nicht Co-Pilot, sondern es ist wirklich ein weiterer Fahrer. Oh, das ist ja... Oh! Okay, das wusste ich... Das ist geil. Dass ich einen weiteren Fahrer haben kann, ist geil. Weil der Vorder ist, dadurch haben wir auch in der Konstrukteurswerte natürlich mehr Chancen. Weil die anderen Teams treten ja mit zwei, drei Fahrern teilweise an. Hm, das ist nice, okay. Der Kalender empfasst auch Auto-Ausstellungen. Diese speziellen Aktivitäten ermöglichen dir das hinzufügen, an der breiteren Palette von Fahrzeugen zu deutlich günstigeren Preisen... Oh, okay, ab und an gibt es also auch kostenlose... Okay, wir können hier Fahrzeuge zuholen. Ach, krass. Okay, aber ein weiteres Fahrzeug kostet mir natürlich dann nochmal 97k, das muss ich halt bedenken. Okay, das ist krass, okay, das hatte ich nicht so im Kopf. Hier kannst du deine aktuellen Erzähler um deine Beziehung zu deinen Sponsoren sehen. Außerdem kannst du dein wöchentliches Budget einsehen. Der Abschluss von Zielen verbessert dein Verhältnis zu deinem Geldgeber. Halte also die Augen nach Saisonaktivitäten offen, die zum Erreichen deiner Ziele beitragen können. Je besser dein Verhältnis zu deinem Geldgeber ist, desto besser sind deine zukünftigen Verträge. Willst du innerhalb der vier World Rally Championship befördert werden, sollte dein Geldgeber hinsichtlich deiner Leistung ekstatisch sein. Ist er zu unzufrieden, wirst du stattdessen degradiert. Das Budget gilt immer für eine Woche und wird für Techniker, deinen Teamkollegen, Fahrzeuge und Reparaturen verwendet. Wenn du zu viel Geld budgetierst, kann sich dein Verhältnis zu deinem Geldgeber verschlechtern und du kannst erst dann wieder etwas kaufen, wenn dein Budget wieder im Rahmen liegt. Am Ende der Saison ist der Geldgeber unabhängig vom Ausgang der Vorsaison tendenziell zufrieden. Zu Beginn der neuen Saison hat er also möglicherweise eine andere Sichtweise. Okay. So, aktuell ist unser Sponsor-Status wunderbar. Warte mal, fing er hier so ein bisschen so. Er ist aktuell glücklich. Er könnte unzufrieden, unglücklich, begeistert oder ekstatisch sein, aber er ist momentan nicht ekstatisch, momentan glücklich einfach nur. Und wir sehen hier sind aktuell unsere Budgetausgaben, die wir noch ausgeben können. Dieser Fahrzeug kostet momentan 97k. Da hätten wir theoretisch noch wunderbare 22k weiter zum Ausgeben. Ah, okay. 325.000 sind anscheinend komplett fürs Fahrzeug eingeplant. Okay, gut zu wissen. Aber da, wie gesagt, wollen wir ja auch dauernd noch weitere Fahrzeuge für holen. Und ich vermute auch, größere VRC-Klassen werden ein bisschen mehr Geld fressen. So, Teamgeet haben wir noch nichts und da ist auch noch nichts drin. So, wir gehen mal ganz kurz auf den Kalender. Da möchte ich mal ganz kurz noch mit euch reinschauen. Der in Wochen unterteilte Kalender ist eine Liste aller Aktivitäten, die du während der aktuellen Saison ausführen kannst. Jede Woche stehen eine Reihe von Aktivitäten zur Auswahl, darunter Championships und Events, ebenso wie Optionen zur Teamoptimierung wie Angestellten-Trainings oder Garagenerweiterungen. Du kannst nur eine Aktivität pro Woche auswählen, entscheidest du dich für eine Championship, musst du an allen Events der Saison teilnehmen. Im Kalender kannst du jederzeit nachsehen, welche Aktivitäten kürzer anstehen. So kannst du dich auf Sponsorenziele oder potenzielle Probleme konzentrieren, um deine Saison effektiv zu planen. Okay, wir haben als erstes theoretisch eine wunderbare Autorausstellung. Oder muss ich davon eins wählen? Ich bin mir gar nicht sicher. Werkstatterweiterung. Okay, das ist die aktuelle Woche. Ich darf nur eins davon theoretisch wählen, oder? Einladungsevents, Fahrzeug benötigt. Ah, dann muss ich theoretisch ein Auto kaufen. Das Ziel eines Motivates konzentriert sich in dieser Woche auf eine oder der anderen Aktivität. Jede Woche kann nur eine Aktivität durchgeführt werden. Die anderen werden übersprungen. Sie können sich in Sicherheit abbrechen. Ah, okay. Also ich kann nur eine dieser... Also auch wenn ich hier drauf klicke, ist dann... Okay. Also ich... Die Woche... Okay. Okay, wir haben die ganzen Sachen zur Auswahl. Nur eins davon können wir fahren. Okay, das ist... Okay, okay, okay. Oh, da... Oh, Junge, da ist ja... Uh, das ist nicht so geil. Das ist ja übel tricky, da am Ende durchzugucken, was man da fährt. Wie gesagt, Meisterschaft ist noch nicht... Wir starten hier noch nicht in die Rallye rein. Wir haben hier aber schon so Sachen wie zum Beispiel Auspufftests, was geil ist. Man würde bei dem besseren Auspuff freischalten. Ein Einladungsevent. Da haben wir aber halt noch gar kein Fahrzeug für die S1600. Deswegen, da können wir noch gar nicht teilnehmen. Da müssen wir erst ein weiteres Fahrzeug kaufen, das wir hier bei der Expo holen können. Oder wir müssen das Team ausruhen lassen. Könnten wir natürlich auch in dieser Woche. Uh. Aber, uh, Techniker. Ja, das müssen wir... Techniker vielleicht holen. Obwohl, eine Erweiterung macht ja keinen Sinn. Oh, wir brauchen Techniker. Ne, wir bräuchten ja erstmal überhaupt einen Techniker. Naja, gut. Ah, ne, da hinten ist Talentscout. Hier hinten in Woche 2 kommt das. Guck mal da. Okay, 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 okay. Ja, äh, ja, wir... Ähm, wir schauen mal. Wir haben aber noch gar keine Meisterschaft. Da könnten wir mitfahren. Weil hier haben wir doch überall nichts zu melden. Weil er ist ja kein Hartzweif-Frontantrieb, glaube ich. Er will gucken. Wir schauen mal. Das werden wir für die nächste Folge ausfinden. Da gehen wir, denke ich mal, in unsere erste Rallye rein. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut doch gerne in der nächsten Folge hier bei dem E-Sports. Wie jetzt hier rein. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und andere bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018